Musik Wir stehen heute vor dem Barberhaus, weil hier heute der Shave Down für den Movember stattfindet. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Beim Movember lassen sich Männer ihren Bart komplett abrasieren, um sich im Laufe des Monats ein Schnurrbart wachsen zu lassen. Damit soll das Bewusstsein für Männerkrankheiten wie Prostatakrebs geschärft werden. Wie bärtige Männer sich wohl fühlen, wenn sie plötzlich glatt rasiert werden? Okay, wie sieht's aus? Freust du dich oder hast du Schiss? Ja, es ist, glaube ich, immer wieder Zeit, ein bisschen Luft ans Gesicht dran zu lassen. Wie lange ist es her, dass du dich ohne Bart gesehen hast? Circa vor einem Jahr, als ich beim letzten Mal beim Movember mitgemacht habe. Was erwartest du, wenn du nachher in den Spiegel schaust? Zehn Jahre Ringe. Wie fühlst du dich jetzt? Du hast schon irgendwie eine Ahnung, wie du aussiehst? Ich sehe mich schon, aber es ist ungewohnt noch. Ich werde weinen. Warum? Ich habe mich schon lange nicht mehr ohne Bart gesehen. Wie fühlst du dich? Nackt, aber gut. Mal schön, wieder den Teil auch gespürt zu haben. Oh my God, I'm a baby now. Amazing. Wie fühlst du dich? Saugut. Es brennt, aber gut. Oh Gott. Was glaubst du, wie alt schätzen die Leute dich, als wenn sie dich sehen? Weiß nicht, was schätzt du? 16. Danke, ja. Das heißt, ich brauche wieder einen Ausweis für den Alkohol. Was wird deine Freundin dazu sagen? Die liebt es noch die nächsten zwei Tage und dann wird es schwierig. Warum? Dann kratzt es. Dann beginnt der Läusebart. Das heißt, ich brauche wieder einen Ausweis für den Alkohol. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.